Hallo meine Lieben, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen ein Problem auf dem Aktienmarkt und dieses Problem möchte ich mal ein bisschen näher mit euch durchleuchten. Und das Problem heißt nicht, dass die Aktienmärkte steigen oder steigende Aktienmärkte sind nicht das Problem, besser gesagt. Wir haben ja die letzten Monate tatsächlich gesehen, dass wir den NASDAQ und den S&P 500 einfach so ein bisschen zuschauen konnten beim Wachstum und auch die Unternehmen, die in diesen Indizes drin sind. Ja, die haben doch einem eine schöne Rendite abgeliefert. Es gibt aber eher so ein Problem, dass wir aktuell eher so zwei Aktienmärkte haben. Und es gibt die eine Seite, wo wirklich sehr, sehr gut läuft, wo die Unternehmen super Zahlen rausbringen, wo dann auch die CEOs so ein bisschen wie Rockstars begrüßt werden. Also hier beispielsweise unterzeichnet der CEO von Nvidia einfach mal auf der Brust von einer Messeteilnehmerin, war das dann in dem Moment. Also das lässt einen schon so ein bisschen auch die Stirn runzeln. Das sind Momente, die eher oftmals ein Top kennzeichnen. Also in dem Moment, wenn jetzt, keine Ahnung, Tesla rumrennt und gehypt wird, dann war das auch für Tesla das Top. Und wenn jetzt in dem Moment jetzt der CEO von Nvidia hier anfängt, Unterschriften zu verteilen auf sensiblen Körperstellen, dann stellt sich die Frage, ist dieser Hype gerechtfertigt? Und da wird viel zu wenig vielleicht auf das Fundament des Unternehmens geblickt und viel mehr auf Global Aussagen wie, KI wird auch die nächsten zehn Jahre mega sein für Nvidia. Und das möchte ich mal ein bisschen mit euch anschauen. Denn das Problem, was wir jetzt hier tatsächlich haben, ist, auch wenn ich in mein eigenes Depot schaue, es gibt Aktien, die laufen mega, mega stark. Das ist eine Nvidia, die ist auch bei mir im Depot bald ein Ten-Bagger. Und ich habe das Depot erst vor zwei Jahren hier aufgesetzt. Es gibt eine Meta, die läuft gut. Eine Apple ist auch die letzten Tage wieder sehr stark gelaufen, auch durch den Bereich KI beflügelt, weil Apple sagt, hey, wir sind ja doch gar nicht so weit von KI weg und wir werden da doch irgendwas mit KI machen. Hat schon gereicht, um hier auch einen guten Kurssprung zu verursachen. Wir haben Microsoft, das als KI-Gewinner gilt. Und man merkt auch schon, diese Aufzählung, die ich jetzt hier auch durchgeführt habe, das bildet so ein bisschen die Realität der einen Seite ab. Also wir haben ein paar Aktien, das sind vor allem die Mega-Caps, die steigen immer höher. Das ist eine Nvidia, das ist eine Apple, aber auch eine Microsoft beispielsweise, die jetzt dafür sorgen, dass wir im Nasdaq ein neues All-Termin, im High sehen, jetzt vielleicht nur knapp ein bisschen runter sind, die einfach dafür sorgen, dass die Indizes immer weiter laufen. Was aber dafür sorgt auch, dass dieser selbst verstärkende Effekt eintritt, dass wenn diese Aktien sehr gut performen und eine höhere Gewichtung im Indize bekommen, wo sie eh schon sehr hoch performt sind, dann müssen ja die ganzen ETFs und Fonds diese Unternehmen noch mehr kaufen. Und so fügt sich dann das eine zum anderen und diese Aktien werden, steigen immer schneller, immer stärker bis vielleicht zu einem Punkt, wo das Ganze bricht. Da stellt sich die Frage, denn die andere Seite vom Aktienmarkt ist es, eben, dass wenn man mal von diesen großen 8 bis 10 Unternehmen mal weggeht, in dem S&P 500 und Nasdaq 100, dann sieht es ja gar nicht mehr so rosig aus. Dann sieht es eher danach aus, dass die Märkte hier deutlich Zweifel erheben. Und wir können hier auch einfach mal schauen, und so auf ein paar Schlagzeilen einfach, was hier die letzte Zeit passiert ist. Auch ein Beispiel an Nvidia, denn Nvidia hat hier ein Drittel der Jahres Performance von den Indizes eingebracht. Also je nachdem, ob man schaut, ob S&P 500 oder Nasdaq 100, dann war Nvidia verantwortlich für einen Großteil der Gewinne dieses Jahres. Allein Nvidia hat eben den meisten Erfolg dieser Indizes verursacht. Und wenn man jetzt ein ETF drin liegen hat, dann kann man ja denken, wow, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, 20, 30% Performance ist doch schön. Aber wenn nur eine einzige Aktie im Endeffekt oder wenn ganz wenig Aktien diese Performance trägt, dann bringt das irgendwie auch den Sinn dieser ETF und breiten Streuung durcheinander oder halt, ja, beseitigt das Ganze. Denn wenn diese Aktie dann auf einmal aufhört, ja, weiter zu wachsen, dann muss ja die restliche Anzahl der Aktien das Ganze auffangen. Und hier ist es eher so, dass dann diese andere Seite des Aktienmarktes, die sieht gerade eher tatsächlich übel aus. Und die sieht so übel aus, dass wir hier im Moment in die Situation reinlaufen, dass wir trotz eines neuen All-Time-Highs im Nasdaq eine so lange Periode hatten wie noch nie, in denen praktisch wir mehr Verlierer hatten, also Aktien, die einen neuen Tiefstpunkt erreicht haben, als Aktien, die einen neuen Höchstpunkt erreicht haben. Also die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Aktien, die sehr gut performen, nämlich diese Mega-Cap-Stocks und Aktien, die unterdurchschnittlich performen, sogar im Schnitt vielleicht eher 0% Performance liefern oder negative Performance liefern. Und das ist die Frage, wie weit kann diese Schere auseinander gehen? Das letzte Mal, als wir diese Ereignisse gesehen haben, jetzt hier zum Beispiel beim Nasdaq, war im Jahr 2021, als wir auch, wenn ihr euch zurückerinnert, da gab es ja auch schon diese Hype-Phase nach Corona und wo das ganze Cash in den Aktienmarkt geflossen ist und wir wirklich sehr viele kuriose Situationen auch auf den Aktienmärkten hatten. Als dann angefangen haben, einige Aktien zu fallen, das waren eben diese Hype-Aktien oder Meme-Aktien, dann konnten diese Mega-Cap-Unternehmen eine schöne Zeit lang durchaus weiter wachsen und die haben eigentlich diesen Gesamtmarkt gehalten. Das sehen wir auch hier. Wir hatten dann angefangen, dass wir immer mehr Unternehmen hatten, die jetzt neue Tiefs gesetzt haben, aber trotzdem ist der Index immer weiter gestiegen, weil es eben eine Handvoll Aktien gab, die diesen Index gehalten haben. Das hat nicht auf sehr lange Zeit gedauert, bis dann auch diese großen Mega-Cap-Stocks angefangen haben zu korrigieren und wir haben ja dann auch damals eine größere Korrektur gesehen. Und das letzte Mal, im Bereich von den letzten 30 Jahren, haben wir so ein ähnliches Bild auch vor der Dotcom-Blase gesehen oder vor dem Platzen der Dotcom-Blase, als wir wirklich auch so eine Phase hatten, dass eine Handvoll Aktien das Ganze weiter hochgetrieben haben, obwohl wir schon die ersten Kennzeichen gesehen haben, dass tiefergehend im Aktienmarkt wir eher so ein bisschen Probleme haben. Und das sehe ich, wie gesagt, auch bei mir im Depot. Auf der einen Seite diese Mega-Cap-Stocks, die bei mir auch im Depot sehr gut performen und auf der anderen Seite sehe ich Aktien aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich, die sehr schlecht performen, bei mir eher negative Rendite einbringen. Das heißt, wenn ich einen Cut machen würde, bei mir zwischen Market-Cap über 50 Milliarden und Market-Cap unter 50 Milliarden, dann würde ich das alles, was über 50 Milliarden Market-Cap ist, und das sind bei mir vor allem die großen Unternehmen, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, dann bringen die mir enorm viel Rendite und den restlichen Teil meines Portfolios würde ich dann sozusagen im Moment natürlich gerne vergessen. Die Frage ist eben nur, wie dauerhaft kann das weitergehen? Denn es wird irgendwann meiner Ansicht nach einen Moment geben, wo sich das Ganze wieder rumdrehen wird. Und hier mal vielleicht noch mal ein anderes Schaubild von IADENI Research, auf die gehe ich auch immer mal wieder gerne ein. Hier einfach mal zum Vergleich, auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte, wie waren die KGV-Schätzungen für Mega-Cap, Large-Cap, Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Und hier könnt ihr eins sehen, in der Regel ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass die kleineren und mittleren Unternehmen jahrzehntelang, also hier zwischen dem Jahr 2004 und dem Jahr, wann hat es geendet? Etwa 2017. Also dieses kleinere und mittlere Unternehmen eher eine höhere Bewertung bekommen haben im Durchschnitt, als diese großen und megagroßen Unternehmen. Hintergrund ist hier, wenn du ein kleines Unternehmen bist, ist ein Gewinn vielleicht in der Hinsicht ein bisschen wertvoller, weil du kannst viel leichter skalieren oder du kannst viel leichter wachsen mit irgendwie einer Bewertung von 500 Millionen Market-Cap oder einem Umsatz von 100 Millionen. Im Vergleich zu einem Unternehmen, das schon viel, viel größer ist und Risiker ist, dort ist es natürlich viel schwieriger, dieses Wachstum weiter beizubehalten. Deswegen haben eigentlich diese Small- und Mid-Cap-Unternehmen eine sehr lange Zeit lang ein Premium bekommen gegenüber den Large-Cap-Unternehmen oder den Mega-Cap-Unternehmen. Das hat sich geändert seit der Corona-Zeit. Also ihr könnt hier sehen, dieser Bruch und dort ist die Schere, hat angefangen dann weiter auseinander zu laufen. Und auch in den letzten Monaten könnt ihr auch hier sehen, die Mega-Cap-Unternehmen schießen weiterhin hoch in ihrer Bewertung und die Small- und Mid-Cap-Unternehmen sinken in der Bewertung. Das heißt, die Schere ist sehr, sehr weit auseinander und geht auch die letzten Monate noch weiter auseinander und sogar die letzten Tage noch ein Stück weiter auseinander. Und da stellt sich die Frage, wird sich das Bild, was wir auch hier sehen, wieder normalisieren? wird es sich wieder vielleicht auch so ein bisschen in den historischen Rahmen rauslaufen? Und da stellt sich mir eher auch so ein bisschen die Frage, inwieweit möchte ich mein Depot dieser Scheren-Situation weiter aussetzen? Und hier muss ich einfach auf ein paar Punkte eingehen, wo ich meiner ganz persönlichen Ansicht nach einfach sehe. Und eines dieser Punkte ist, darauf bin ich ja schon mal gerade eingegangen, in dem Moment, wo ein CEO wie ein Rockstar gefeiert wird. Und das ist jetzt nicht so, als ob hier jetzt Jensen Wang von NVIDIA, keine Ahnung, Krebs besiegt hätte oder einen Computerchip entwickelt hat, die jetzt irgendwie eine Superintelligenz verursacht hat, die jetzt alle Kriege auf der Welt beendet hat oder sonst was. Und er macht jetzt auch keine Musikvideos. Also für mich ergibt sich einfach dieser Sinn nicht, wieso ein CEO von einem durchaus erfolgreichen Unternehmen aber trotzdem jetzt hier wie ein Megastar oder ein Rockstar gefeiert wird. Und das sehe ich tatsächlich eher so ein bisschen als Peak. Ich persönlich habe, wie gesagt, NVIDIA schon seit einigen Monaten, seit einigen Jahren bei mir im Depot, bald ein Ten-Bagger. Ich habe jetzt aber trotzdem angefangen, auch jetzt in den letzten Tagen wieder ein paar Cuts in meiner Position durchzuführen. Das heißt, die Gewichtung von NVIDIA in meinem Depot versuche ich unterhalb der Marktgewichtung zu haben. Das heißt, wenn wir mal auf NASDAQ oder S&P 500 blicken, wo jetzt NVIDIA 8% Gewichtung hat, da bin ich drunter. Und da werde ich auch weiterhin versuchen, ein bisschen weiter die Cuts durchzuführen. Man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, so ein Hype kann auch wirklich sehr, sehr lange gehen. So ein Hype kann auch hier dann so ausschauen, dass wir hier eine kurze Korrektur wirklich sehen und dann Richtung diesen 200 US-Dollar-Post-Split hinauslaufen könnten. Durchaus möglich. Deswegen werde ich jetzt meine Position nicht von heute auf morgen komplett rausnehmen. Aber ich werde hier auf dem Weg nach oben, werde ich hier vielleicht nochmal ein, zwei Prozent kürzen in der Gewichtung her. Also das will ich euch einfach sagen, dass ich hier einfach tatsächlich bei NVIDIA ein bisschen zu großen Hype sehe. Auch wenn ich in die Fundamentaldaten reinblicke, wenn ich mir die Bewertung anschaue und sage, wie wird NVIDIA die nächsten Jahre wachsen, dann gibt es zwei Punkte. Erstens, welches Wachstum ist realistisch? Und da schaue ich mir an, wo kommt das Wachstum von NVIDIA her? Und das kommt im Moment einfach von den anderen Mega-Cap-Unternehmen. Es kommt davon, dass eine Meta, eine Tesla, eine Microsoft, eine Apple oder halt auch die Unternehmen drumherum jetzt versuchen, diese Data Center aufzubauen, ihre KIs auch anzulernen oder halt immer noch, worum es eigentlich im Moment immer noch geht, sind die Large Language Modelle, die ja weiterhin trainiert werden. Aber das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gesagt. Es gibt einen Peak im Moment bei diesen Large Language Modellen und ich glaube nicht, dass hier diese Large Language Modelle eine Basis sein werden, um eine künstliche Superintelligenz zu erzeugen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen auf einem Irrweg und wir werden eher aus anderen Bereichen dann eher vielleicht diesen Weg einschlagen können. Und es wird meiner Ansicht nach einfach einen Peak geben in diesen Investitionen von Microsoft, von Google, von Amazon und den anderen großen. Wir haben es ja von Tesla so ein bisschen schon gehört. Hey, wir haben eigentlich kein Problem mehr mit unseren Trainingsdaten oder unserer Trainingsinfrastruktur. Wir haben genug Chips. Das war vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten noch mal anders als diese Chips. Sehr, sehr eng auf dem Markt angeboten wurden. Und auch da schleicht sich mir eher der Gedanke ein, dass wir dieses Wachstum, das wir jetzt massiv gesehen haben, also die Aktie des Unternehmens, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Der Umsatz, die Gewinne, mega toll. Aber die Frage ist, ob das nicht ein Cycle war, der jetzt ein bisschen zu Ende gehen wird. Und ich habe schon mal von einem Mega-Cycle geredet im Chip-Bereich, aber dieser Mega-Cycle bahnt sich jetzt auch meiner Ansicht nach zum Ende an. Und wir werden sehen, dass Nvidia auch von den Geschäftszahlen her irgendwann in die Situation reinkommen wird, dass sie nicht mehr jede, jede Irrlingserwartung, in jedem Irrling dann hier, ja, die Erwartungen übertrifft. Das ist ja die letzten Quartale immer wieder passiert. Sondern es wird irgendwann in die Situation kommen, dass wir auch hier eine Erwartung verfehlen werden, vielleicht. Oder zumindest nur ganz knapp erreichen oder schlagen werden. Und dann stellt sich die Frage, wann ist das soweit? Ist es vielleicht jetzt schon soweit bei einem Kurs von 126 US-Dollar? Wird es bei einem Kurs von 200 US-Dollar sein oder noch höher? Der Punkt ist, die Bewertung ist meiner Ansicht nach für Nvidia zu hoch. Das habe ich aber schon vor zig Monaten gesagt und dort schon einen kleinen Teil rausgenommen. Das habe ich jetzt gesagt und jetzt einen kleinen Teil rausgenommen. Vielleicht werde ich das in einem halben Jahr auch wieder sagen und wieder einen kleinen Teil rausnehmen. Ich fühle mich im Moment aber einfach nicht wohl in einer Situation, die jetzt eben einfach so ausschaut, die auch so ausschaut, dass die ganzen Gewinne von einem Jahr von einer Aktie getragen werden. Das ist eine Aktie, die immer noch von ihrem Umsatz und eigentlichen Cashflow im Vergleich zu den anderen großen Tech-Unternehmen immer noch sehr klein ist, aber diese Erwartung einfach so enorm ist an dieses Unternehmen, dass ich hier einfach sage, ich kürze. So und das sollte jetzt nur ein Teil des Videos sein. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Nvidia-Bashing machen. Die Aktie ist mega geil, das Unternehmen ist mega geil, ich habe es weiterhin im Depot, ich mache aber ein paar Cuts. Das Problem, was ich jetzt eher hier sehe, grundsätzlich auf dem Markt ist, dass wir hier einfach ein paar wenige Unternehmen haben und da gehört eben auch eine Nvidia rein, eine Microsoft, eine Apple beispielsweise, die den gesamten Markt tragen. Und unter dieser Oberfläche gibt es eben Hunderte und Tausende von Aktien, die sind jetzt vielleicht auch von ihrer Performance her, von ihrem Business her sind sehr okay gelaufen, sind vielleicht auch ganz gut gelaufen, aber der Aktienkurs spiegelt das Ganze nicht wieder. Für mich sieht es eher nach einer Situation aus, wie wir vielleicht 2021 gesehen haben, wo einfach nur diese ETFs und Indizes und einfach nur dieses passive Investment tatsächlich die Aktienmärkte relativ stabil hält und ich oder mich würde es nicht wundern, wenn wir tatsächlich in eine von beiden Situationen reinlaufen. Entweder wir werden eine Korrektur sehen bei den Mega-Cap-Unternehmen, weil die sind meiner Ansicht nach schon recht teuer bewertet oder wir werden eine Rallye sehen bei den Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Das ist, da bin ich jetzt einfach der Einstellung, weil wir wie gesagt einfach in dieser Situation sind, dass diese Scheren sehr weit auseinander gehen und am Ende muss ich auch einfach sagen, am Ende ist es mir egal, wo ich mein Geld investiere, ob es jetzt ein Mega-Cap ist oder ein Small-Cap, wenn die Geschäftsstruktur und das Business stimmt, dann zählt es ja darum, wie viel Cash kann mir dieses Unternehmen zurückliefern von meiner Investition. Also wenn ich jetzt 10 Euro in ein Mega-Cap investiere und das liefert mir über die nächsten 10 Jahre nur 1 Euro zurück, okay, dann ist es schon sehr teuer für mich. Wenn ich jetzt aber 10 Euro nehme und in ein Small-Cap investiere und das liefert mir über die nächsten 10 Jahre 10 Euro zurück, na, das ist auch schon ein Unterschied und natürlich wähle ich dann vielleicht das Small- oder Mid-Cap Unternehmen, also ich persönlich als rationaler Investor jetzt in diesem Sachverhalt, aber wir sehen schon, dass jetzt diese Konzentrierung eher auch von den gesamten Aktienmärkten und ich höre es auch immer wieder so ein bisschen auch, ich sage mal, von Leuten, die mir ein paar E-Mails auch schreiben, das heißt ja, einfach den Index nehmen, einfach den ETF nehmen, aber dann realisiert man vielleicht gar nicht, dass man, klar, man hat jetzt den Nasdaq 100, aber ist man wirklich so breit gestreut am Ende? Das ist die Frage und ich bezweifle das Ganze, denn wenn du dann irgendwie den Nasdaq 100 nimmst, aber im Endeffekt nur eine Apple hast, meiner Ansicht nach zu teuer, eine Nvidia hast, meiner Ansicht nach jetzt aktuell zu teuer, eine Microsoft hast, gutes Unternehmen auch, aber eben auch zu teuer und dann hast du halt einen Großteil von deinen Investitionen in irgendwelchen Megacap-Unternehmen drin, die einfach zu teuer sind und dann vielleicht einfach mal auch die nächsten 10 Jahre eben nicht unbedingt performen könnten, stellt sich eher die Frage, ob man dann vielleicht nicht sagt, okay, dann ergänze ich mein Investment eben durch vielleicht kleine oder mittlere Unternehmen und ja, die laufen im Moment noch nicht, aber das ist genau das, was ich jetzt ganz persönlich tun werde, ich werde wahrscheinlich ein paar Cuts durchführen bei Aktien, die sehr gut gelaufen sind bei mir im Depot, die eben auch zu den Mega-Caps gehören oder zu den Large-Caps, zum Beispiel eine Palantir gehört auch dazu, die sehr gut gelaufen ist, aber auch dort ist eben meiner Ansicht nach dieser KI-Hype vielleicht ein Stück über sein Ziel hinausgeschossen und wie gesagt, ich schieße jetzt nicht gegen KI, ich glaube, dazu kennt ihr auch meinen Kanal viel zu gut, als ich schon vor zig Jahren mit dem Thema KI angefangen habe, bevor es in war und hier ist eben der Punkt einfach wichtig, dass ich sage, kurzfristig ist hier vielleicht der Hype zu groß und zu weit gerannt und ich will eher vielleicht nochmal rausgehen, eher nochmal ein paar Gewinne mitnehmen bei ein paar Unternehmen, die sehr gut gelaufen sind und mir dann eben wieder Aktien suchen, wo ich sage, da schaut keiner jetzt drauf, auf dieses Unternehmen blickt keiner, in dem Sektor schaut jetzt im Moment keiner hin, weil sich alle nur auf Mega-Cap und alle nur auf KI konzentrieren und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist vielleicht nicht das erste Mal, dass es eine solche Situation gab, wir erinnern uns, vor 24 Jahren gab es Cisco, dass damals Microsoft als das Top-Unternehmen weltweit, also das wertvollste Unternehmen weltweit, abgelöst hat, also Cisco hat Microsoft im Jahr 2000 abgelöst und wir wissen ja, was danach mit Cisco passiert ist, wir wissen, was danach mit Microsoft passiert ist und jetzt passiert genau das gleiche, also Nvidia überholt Microsoft, jetzt will ich gar nicht sagen, dass Nvidia auch in 10 Jahren nicht das wertvollste Unternehmen der Welt sein kann, aber ich glaube einfach, dass die Chancen aktuell auf dem Aktienmarkt in Bereichen wieder liegen, wo Stockpicker eher sich, ja, eine goldene Nase verdienen können, wenn sie wieder die nächsten 5 oder 10 Jahre im Blick haben oder zumindest mal 3 Jahre nach vorne gucken und sagen, okay, vielleicht laufen wir jetzt wieder in eine kleine Rezession, vielleicht laufen wir aber dann auch wieder in den Bereich, wo es wieder Zinssenkungen geben wird und welche Unternehmen profitieren einfach vielleicht dann, welche Small- und Mid-Caps Unternehmen profitieren von dem nächsten Trend, der vielleicht auch im Biotech-Markt sich abzeichnen kann. Darauf werde ich achten und danach werde ich dann auch meine nächsten Jagdziele danach ausrichten. Ich werde aber auch die ein oder andere Aktie kaufen, die ich ohnehin schon im Depot habe. Ich werde aber wieder versuchen, ein bisschen Richtung Small- und Mid-Cap zu gehen. Ich werde aber natürlich auch diese Large-Caps Unternehmen im Depot behalten. Ich werde aber auf der einen oder anderen Seite ein paar Cuts durchführen. Wenn du jetzt auch auf die Idee kommst, zu sagen, hey, ich möchte investieren, ich möchte vielleicht auch ein bisschen Stockpicking betreiben, ich selber empfehle dir auf jeden Fall hier den Zero-Broker dafür, ich auch selber mein Depot und auch viele, viele von meiner Community. Wenn du hier einfach mal einen der Top-Broker in Deutschland austesten willst, folge dazu einfach dem ersten Link unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.